Die vierte Info Die vierte Info Die vierte Info Nummer 8 Mensch, das ist ne Katastrophe Denn da gibt's ja noch viele Strophen Und da werden sich alle freuen Dann folgt die Impfung Nummer 9 Und wer das alles ohne Schaden überschickt Und dem's noch weiterhin so gut geht Der muss weiter posten gehen Zu der Impfung Nummer 10 Denn dann ist gar nichts mehr zu retten Und dann kann man auch drauf wetten Es gibt die Impfung Nummer 11 Und danach kommt Nummer 12 Und das wird auch nicht der letzte Impfung sein Pro Baktar wächst ne Doppeldosis an Und die passen auch den Impfstoff immer an Damit man frohe Mut ist immer wursern kann Ja Und das wird